Ismet ist keine Salafistin, er ist nur ein Muslim und er arbeitet auch als Chef von einer Baustellerfirma und einer großen Familie und er arbeitet hier auch, hilft zu jungen Leuten und gibt Unterricht für uns von der Geschichte von Propheten. Das was er kann machen und macht hat kein zu tun mit Terrorism und Anschlag und so, das ist ein Quatsch und kein Weiß. Das ist 100 Prozent. Ich bin auch hier Imam und wir hier praktizieren keine aggressive Islam oder Terror von Islam. Die